Musik 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 Liebe Fans, zusammen schaffen wir das. Bleibt zuhause. Und Blindi, was machst du eigentlich du so? Hallo zusammen, hier ist der Blindi. Ich hoffe, euch geht's gut. Und dann bin ich am Kochen. Einmal mehr. Ihr wisst, der Koch ist meine Leidenschaft. Heute gibt's Soße aus Zwiebeln, aus Anjovis und aus Tomatenmark. Pasta habe ich selbstverständlich auch selber gemacht. Ich möchte es mal schnell zur momentanen Situation aussprechen. Nehmen es voll easy. Zusammen schaffen wir das. Bleiben wir unbedingt bei Hause. Und ich weiss, dass ein Mitspieler von mir, der Brüschi, auch zuhause ist. Nehmt es mir jetzt mal Wunder. Brüschi, was machst du eigentlich du so bei dir? Schau zusammen, ich zeige euch jetzt wie so ein Quarantäne da, wie es mir aussieht. Soße aus Zwiebeln. Soße aus Zwiebeln. Soße aus Zwiebeln. Soße aus Zwiebeln. Liebe Fans, bleibe daheim. Zusammen schaffen wir das. Und Ro, was machst du so daheim? Just try and take care of this little man since we've been home. Kind of a job within itself. But together we can all do this. So please stay at home fans. Seagrest, what are you up to? Ich bin hier zuhaim am Fussballspielen. Meine Lieblingsübung im Sommertraining ist, ja, Fussballspielen mit dem Team. Jetzt haben wir schon abgeholt aus. Bleibt zuhaim, liebe Fans. Was machst du zuhaim, Baltisberger? Ja, Justin, auch ich bin zuhaim. Momentan bin ich mir eine Handwerkliche Skuse am Aeignen. Heute sind wir am Malen zuhaim. Und ja, falls man mal eine Unterstützung braucht beim Malen, darf sich natürlich gerne bei mir melden. Natürlich erst nach der Corona-Zeit. Und ja, liebe Fans, Bleibt gesund und bleibt vor allem zuhaim. Zusammen schaffen wir das. Damit wir uns bald wieder im Hallenstein sehen können. Und jetzt, Markus, what are you doing? Hallo, Leute. Not a whole lot of stuff going on in Stockholm right now. Try to enjoy the beautiful weather and listen to some great music. Fans, stay home, stay safe and hopefully see you soon. I wonder what the press is up to right now. Hallo zusammen. Ich bin ja gerade zuhaim in einer Küche und verbringe meine Zeit mit dem Ausprobieren von neuen Rezepten. Im Moment probiere ich mich ja gerade an Ravioli, wie ihr seht. Mal schauen, ob das gut kommt. Liebe Fans, bleibt auch ihr zuhaim. Zusammen schaffen wir das. Und ja, Scheppi, was machst du so zuhaim? Ja, liebe Fans, es ist nicht ganz einfach in dieser Zeit. Zusammen schaffen wir das aber. Wir bleiben zuhaim. Ich versuche regelmässig ein Rumpfprogramm zu machen. Und was machst du, liebe Phil Baltisberg? Hallo zusammen. Zurzeit bin ich zuhaim. Beschäftigt mich mit Corona Baby oder am Netflix schauen. Darum, liebe Fans, bleibt zuhaim. Zusammen schaffen wir das. Was macht eigentlich der Boden mal so? Hallo zusammen, liebe Fans. Ihr seht mich, ich habe es ein bisschen aufs Land verschlagen. Als allererstes möchte ich mich für euren Support bedanken. Ich glaube, wenn wir eines sehen, dann ist es, dass es ohne euch überhaupt keinen Spass macht. Und ich mich jetzt schon wieder freue, auf nächstes Jahr euch alle in der Halle zu sehen. Wie gesagt, wir sind hier im Mappenzell, im Elternhaus vom Vater. Die Freundin ist im Homeoffice. Ich bin hier ein bisschen ums und im Haus am Zeug machen. Und ich habe hier noch drei Kollegen, die mich ein bisschen unterhalten können. Und ja, zusammen schaffen wir das. Bleibt zuhaim. Und ich frage mich jetzt noch, was macht eigentlich der Wick zuhaim? Ja, hoi zusammen. Ich hoffe, wir sind alle in Quarantäne am Geniessen. Ich mache jetzt Saga das Workout und nehme das mal auf für euch. Wie man sieht, schon recht explosiv wurde. Ich hoffe, wir sind alle gesund. Heben durch. Stay the fuck at home. Ich hoffe, du essen. Hallo zusammen. Axel Simic. Ich bin im Graeherzen bei meiner Familie. Und ich bin mit dem Hund am Spazieren. Auf dem Skateboard. Und ja, ich hoffe, wir sind alle gesund. Und jetzt ist es am Frühling. Was machst du zuhaim, Frühling? Während dieser Corona-Zeit brauche ich unbedingt drei Sachen. Mit Joggen täglich. Kaffee. Und ihr habt es gesehen, ein bisschen Schokolade gehört natürlich auch dazu. Bleibe ich zuhaim. Ich hoffe, auch ihr bleibt zuhaim. Und seid gesund. Jetzt nimmt es mich rund, was Pio Sutter so macht. Den ganzen Tag. Hey liebe Fans. Ich bin zuhaime. Wie ihr auf dem Leaue. Ich bin sehr viel am Kochen. Heute gibt es Spaghetti Garbunano. Nichts Spezielles. Ganz einfach. Wir bleiben gesund. Und bleiben zuhaim. Aber mich will vor allem wundern, was Christian Marti so zuhaim macht. Z.S.C. Ole. Z.S.C. Ole. Uff. Z.S.C. Ole. Gayle es godt gemacht. Z.S.C. Ole. Und 확실히 live mit anderen Fans. Bleib bei dir. Und parent온ig, was machst du? Komm auf! Together, wir können das tun. Bitte, hawai dich zu Hause, Fans! Kommen, wasтов superstarsalert ihr ... Kannst du dir äнем, das Heimler voi? Peterival? Nostoe, Freddy PETERSON war hier. Wiratura und Soe занимj runs 걸� onboard. Die meisten Ikens s Glückw importa drauf, man Körperer und試 Во-Werte. Während wir zwei Minuten nach schimper durch. Wir sollten, dass ihr zu Hause bleiben müsst, wir müssen sicher sein, und wir sollten uns auch auf dem Weg gehen. Ich und Zoey fragten wir, was Darye Truth Man macht. Ah, yes! Ja-zi! Hoi liebe Fans, wie geht's euch? Wenn ihr sehen könnt, wir sind auch bei einem guten Brunch und ein paar Spiele lustig haben. Darum, bleiben bitte zu Hause. Wir haben es auch zu Hause schön. Und betreten Sie in der Ferramaison! Hey Guys, together we can do this. Stay at home, please. And you then? What are you doing? Ich verbringe die meiste Zeit zuhause eigentlich auf dem Sofa und schaue ein wenig Fernsehen. Meistens gerade was so kommt und manchmal stelle ich auch einen guten Film auf Netflix ein. Zusammen schaffen wir das. Bleibt zuhause, liebe Fans. Und was machst du so zuhause, Holenstein? Warte! Hoi zusammen, auch wir bleiben zuhause. Heben durch. Machen wir das Beste daraus, es kommt gut. Und hey, Bernie, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Hallo zusammen, hier ist der Tim und ich verbringe meine Zeit zuhause mit meinem Lieblingshobby Gitarren spielen. Ich versuche immer neue Lieder zu lernen. Und ja, zusammen schaffen wir das. Bleibt zuhause, liebe Fans. Ich frage mich, was unser Headcoach, Grünburg, zuhause macht. It's our favorite past time when we stay at home for Corona times. Please stay home, stay safe. Together we can do this. Mier considerably mniej. When we begin, are we horrendous?